Die Markierungen kommen mir bekannt vor. Auch das Material ist mir schon einmal begegnet. Genau wie der Edenapfel. Antike Technologie der ersten Zivilisation. Seid ihr verletzt? Gebrochener Fuß. Wie ist euer Name, Bruder? Altair, Sohn des Umar. Umar, ah ja. Ein guter Mann, der starb, wie er lebte. Mit Ehre. Altair, wir wurden verraten. Der Feind hat die Burg im Sturm erobert. Das verheilt. Und Al-Mualim? Wo ist er? Er war im Innern, als die Kreuzritter durchbrachen. Wir können nichts mehr für ihn tun. Altair, wir müssen hier weg! Sobald ich das Tor schließe, fallt ihr den Kreuzrittern im Dorf in die Flanke und treibt sie zur Schlucht. Das schafft ihr doch niemals! Abbas, keine Fehler. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Revelations beim letzten Mal. Alter, was geht denn hier ab? Haben wir die letzten Bombenattentate abgeschlossen und jetzt scheinen wir wieder... Haben wir den Schlüssel zurück, ich hab ihn ein bisschen untersucht und scheinbar steckt da etwas mehr hinter diesem Schlüssel. Alter, was geht denn gerade mit dem Spiel ab? Und... Hier leckt ja alles gerade. Ach komm her, blöder Templer. Und wir sind jetzt wieder in der Haut von Altair. Wir stecken in einer Erinnerung, in einer Erinnerung quasi. Und wir erleben gerade die Geschichte Altairs im... Äh, äh, als er noch 24 war, na. Masjab wurde mal wieder, oder schon das erste Mal jetzt wahrscheinlich so, von Templern angegriffen. Und wir versuchen sie jetzt zu verteidigen und Alboa Lim wurde scheinbar von den Templern gefangen genommen. Oh Gott, da schießt einer auf uns, das geht mir ja ziemlich auf den Sack. Dass da einer auf mich schießt, finde ich nicht so geil. Den muss ich mir erstmal holen. Der nervt da und wir müssen jetzt dringend in die Bohrfrau dringen. Na, na, na. Du Kleiner. So. Das war er. So, wir sind also Altair, als er 24 war. Und wir versuchen jetzt natürlich dementsprechend das Ganze zu schaffen. So, ich möchte nur aufpassen, dass hier nicht irgendwelche Bürger noch angegriffen werden von Templern. Da sind noch Bürger, die angegriffen werden von Templern. Sack. Komm her, du blöder Templer. Das war er. Weiter geht's. Weiter auf in Richtung Burg. Da drüben scheint noch ein Bürger zu sein, der Hilfe braucht für uns, von uns. Erinnert so ein bisschen an den ersten Teil, ne. Als wir Bürger gerettet haben. Der ist da oben. Komm schon, Kletter hoch. So, jetzt seid ihr dran, ihr blöden Templer. Ach, du hast das schon erledigt. Gut gemacht. Gut gemacht, mein Freund. So, ich glaube, da unten sind noch so ein paar Templer, die aufs Maul wollen. Ach nee, von hier kommen wir ja. So war das. So, dann gehen wir mal weiter in Richtung Burg. Masjav Wiesland. Wir sind jetzt schon wieder mal in Masjav. Nachdem wir damals in Assassin's Creed 1 so oft hier waren, waren wir ja erstmal für kurze Zeit gar nicht mehr da. Und jetzt so oft. Kurz hintereinander. Das ist schon geil. Und das Ganze hier scheint scheinbar vor den Ereignissen von Assassin's Creed natürlich zu spielen. Alter. Ne, du will mal nicht auf den Sack. Denn Al-Mualem ist hier ja noch kein Verräter, so wie es aussieht. Sondern er ist scheinbar immer noch der Mentor, den die Assassinen versuchen zu retten. So, und. Euch kriege ich. Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal alle her? Super gerettet. Wo kommt ihr denn auf einmal alle her, ihr Blöden? Blöden Templer. Alter. Wie viele sich hier schon wieder breit gemacht haben. Komm her, Blöde. Blöder Templer. Alter. Könnt ihr mal aufhören, mich anzugreifen? So, weiter geht's. Kommt da noch einer? Ach, der blöde Boah. Armbrustschützler, den lasse ich jetzt mal. Ihr kümmern euch mal um die Templer hier, bitte. Da scheint wieder einer oben zu sein. Da sollte ich aufpassen. Die, die oben sind. Die sind immer am nervigsten. Die blöden Armbrustschützen. Da oben ist einer. Den holen wir uns. Alter. Er wird nicht entkommen. Verdammt. Ich verliere ihn. Zack. So. So viel zu dir. Damit du mich nicht nerven kannst. So, wir machen mal hier bei der Party mit. Ach, das schafft ihr schon alleine. Nicht schlecht. So, du bring dich mal in Sicherheit, mein Freund. Wir erledigen die Templer hier. Und zack. Ihr solltet echt mehr Kampftraining machen, ihr blöden Templer. Wisst ihr das? Kann doch nicht sein, dass eine Mann euch hier alle rumbringt, ne? So. Jetzt den blöden Armbrustschützen da oben. Ach, den hat schon jemand abgeschossen. Ich könnte natürlich auch einfach meine komischen Wurfmesser verwenden. Die sollte ich ja haben. So, auf jeden Fall. Weiter geht's. Weiter geht's. Zack. Wie viele Templer wir jetzt schon getötet haben. Wir müssen echt kämpfen lernen. Lasst mich mal durch. Da kommt noch einer. Ach, man kann ja auch mit der Stimm... Man konnte ja auch mit der versteckten Klinge kämpfen. Weil's die neue Engine ist. Beziehungsweise weil's jetzt das neue Assassin's Creed ist. Das vergesse ich immer mit. Alter, hier kämpfe ich aber nicht mit der versteckten Klinge. Der konnte das noch nicht. Das gehört sich so. So. Wir sind da. Noch ein Schritt. Und euer Mentor stirbt. Ihr kommt nicht mit dem Leben davon, Verräter. Nein. Ihr missversteht. Ich bin kein Verräter. Denn ich kann nur die verraten, denen ich einst treu war. Ihr habt eine Lüge gelebt. Das macht euch noch erbärmlicher. Ja, gut. Aber Worte bringen hier leider nichts, ne? Tja, Alter. Hier, dann zeig mal, was du so kannst. Oh. Verdammt. Dann müssen wir uns ein bisschen beeilen. Und um euch zu beschützen? Ihr enttäuscht mich. Warum teilt ihr nicht mit allem, was ihr gelernt habt? Wie ein wahrer Assassin's Creed? Alter, die werfen hier unsere Freunde runter. Warum teilt ihr das wahre Ausmaß eurer Ambitionen nicht mit euren Brüdern? Wo ist euer Gemeinschaftssinn? So. Yes. Oh, verdammt. Schneller, schneller. Wo lang, wo lang? Sie haben uns einen Heuhaufen. Doch Geduld gehört nicht dazu. Sprecht oder ich schneide euch die Zunge heraus. Und ihr sprecht nie wieder. Da hoch. So. Weiter geht's. Okay, von hier? Können wir ihn von hier erreichen schon? Nein, noch nicht. Wir müssen weiter. Ei, ei, ei. Und alle, hopp. Eure Zeit läuft ab, alter Mann. Und Tschüss. Weiß mir, was ihr über den Eden-Apfel wisst. Tja, und der gute Mann kann auch kämpfen. Hätte der nicht gedacht. Besser als man es momentan ahnt. Ihr habt zu viel Vertrauen zu den Menschen, alter Herr. Die Tempel erkennen die Wahrheit. Menschen sind schwach, dumm und engstirnig. Nein, unser Credo beweist, dass ihr Unrecht habt. Ach, vielleicht bin ich nicht weise genug zu verstehen. Doch ich vermute das Gegenteil. Ich bin zu weise, um an solchen Unfug zu glauben. Na gut, dass die Templer das natürlich so sehen, ist klar. Ihr botet ihm Gelegenheit, seine Würde zu retten. Er war ein Assassine, vor allem. Auch ihr wurdet in den Orden geboren. Bereut ihr es etwa? Und das einzige Leben bereuen, das ich kenne? Ihr findet einen Weg bei Zeiten. Und es obliegt euch, den Weg zu wählen, den ihr vorzieht. Kommt, mein Knabe. Haltet eure Klinge bereit. Die Schlacht ist noch nicht gewonnen. Ja, und die Schlacht wird noch deutlich weitergehen. Aber das kommt ja alles erst später, ne? Dazu siehe, Assassin's Creed 1. Tja, und damit haben wir erfahren, was der gute Alter ihr vor Assassin's Creed 1 erlebt hat. Tja, und da wir wissen, dass es scheinbar fünf solcher Schlüssel gibt, könnte es natürlich sein, dass uns Alter ihr noch ein bisschen mehr zu erzählen hat. Und der hat natürlich noch, wie man sieht, ich gucke mal, ob ich es zeigen kann hier. Der ist noch einer der ersten Assassinen. Die mussten ja noch ihren Ringfinger abschneiden, wegen der versteckten Klinge. Naja. Dann enthalten sie also Erinnerungen, diese Schlüssel. Diese alten Siegel. Doch was will Alter ihr uns sagen, frage ich mich. Was soll die Zukunft wissen oder erfahren? Wir spielen quasi eine Erinnerung in einer Erinnerung damit, ne? Ich will den Witz jetzt nicht unbedingt bringen, aber er passt so gut, ne? Memoryception, sag ich da bloß. So, und wir schauen mal, was der gute Yusuf uns jetzt zu sagen hat. Jetzt haben wir immerhin den, ähm, den Masjaf-Schlüssel hier versteckt. Und wir gucken mal, was Yusuf uns zu sagen hat. Vielleicht meldet er auch was Neues. Denn der Kampf hier gegen die Templer ist natürlich auch noch nicht vorbei. Und uns fehlen natürlich noch weitere... Ähm, hallo, was war das denn? Uns fehlen natürlich noch weitere vier Schlüssel, wovon einer in den Händen der Templer ist. Und tschüss. So, ich hätte mal gerne, was du dabei hast. Das ist nicht viel. Wirklich nicht viel. Dann nehme ich mal die Seilrutsche. Einfach, um mal wieder ein bisschen Spaß zu haben. Sollte es nicht da hochklettern, Junge. Aleop! Guck mal, mein Freund. Und hier kommt der Tod war noch oben. Hast du vielleicht was dabei, was ich brauche? Wurfmesser, na also. Und Kugeln, geht doch. Datura-Puder. So. Darüber müssen wir. Das war arschknapp, aber ich hab jetzt mal darauf vertraut, dass der alte Mann das noch schafft. Ich weiß gar nicht, wie alt ist er? So alt dürfte er doch gar nicht sein. Aber er fühlt sich schon so alt an. Kommt weiter, weiter, weiter. Wir haben nicht so viel Zeit. Vielleicht hat er auch die gute Katharina. Äh, wie ist die Katharina? Ich bin mir gerade nicht sicher. Äh. Bin mir gerade unsicher, wie sie nochmal hieß. Ähm, die Frau. Im Prinzip die Frau in dem Buchladen. Vielleicht hat die auch ein neues Buch für uns gefunden, mit dem wir wissen, wo ein neuer Schlüssel ist. Wer weiß, wer weiß. Wir schauen mal nach. Wir sollen auf jeden Fall scheinbar auf die andere Seite. Ach, was willst du denn jetzt von mir? Warum geht das Teil nicht auf? Danke. Blub. Als ob ihr ne Chance gegen mich habt, ey. Schwefel. Ja, jetzt braucht man nicht mehr ganz so häufig den Schwefel. Wir haben ja jetzt unsere Bomben erstmal fertig. So. Und dann auf rüber. Der Wächter Teil 2. Einer ihrer Assassinen hat mehr über den Mann herausgefunden, der sich der Wächter nennt. Ah. Der, der gegen die Assassinen sich gestellt hat und die Assassinen verraten hat. Es ist Zeit, sich um diesen Verräter zu kümmern. Bei der Suche nach den Gefangenen nicht entdeckt werden. Na dann schauen wir doch mal. Wo ist denn mein guter Assassinenfreund? Ah, da bist du ja. Du hast noch was Neues rausgefunden. Alter, was machst du denn? Den Verräter Walli? Habt ihr ihn gefunden? Er fand uns, Mentor. Zwei unserer Brüder wurden heute aus diesem Unterschluck entführt. Nun fordert Walli, dass wir unserem Besitz den Templern übergeben. Nein. Wir verhandeln nicht mit Männern, die Geiseln als Druckmittel einsetzen. Wir spüren sie auf und eliminieren sie. Ja, leichter gesagt als getan, ne? Dann sollten wir uns aufzahlen und Galata absuchen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Na dann suchen wir mal. Die Gefangenen Assassinen finden und befreien. Na, das mach ich doch mit links. Solange wir nicht entdeckt werden. So. Wahrscheinlich sind dann da aber auch Templer in der Nähe, sag ich mal. Das wird nicht so einfach werden, wie es klingt. Wir werden nicht nur ein paar Assassinen finden müssen. Wahrscheinlich sind die Assassinen auch von Templern bewacht. Und deswegen gehe ich mal über die Dächer. Ich kletter nur eine Leiter hoch, verdammt. Also ob das sowas Besonderes ist. Eine Güte. So, wo bist du denn, mein Freund? Meine Freunde, wo seid ihr? Okay. Da wolltest du nicht hochklettern. Zum Glück haben wir die ganzen Türme hier schon ähm, uns geholt. Diese ganzen komischen Assassinenfesten. So. Wo seid ihr? Wird, glaube ich, jetzt mal Zeit, ein paar Bomben zu verwenden. Da unten irgendwo, da sind auch Templer. Ich hole mir kurz die Kiste, weil ich sie gerade gesehen habe. Und dann schauen wir mal. Schauen wir uns das Ganze mal von unten an. Ein seltsamer Umhang. Hoppala. Hm, ja, wenn du jetzt gerade da langläufst. Passt mir das perfekt. So, die beiden da. Ähm, was haben wir denn? Wir haben die Datatura oder Nebel. Oder wir lenken sie ab mit einer Kirschköhle. Ich bin für eine Giftbombe. Oh, zack. Ach, verdammt, da kommt noch mehr. Natürlich. Er wrecket alle. Hä, wer ist denn das? Warum ist der nicht von der... Warum ist der von der komischen Bombe nicht... ähm... getroffen worden? Ich geh wieder zurück. Den hab ich wieder nicht getroffen. Alter. Manchmal geht's hier aber auch gar nix, ne? So, mal schauen. Und zack. Warum vergiftet denn das nicht meine Fresse? Hat jemand was gesehen? Und komm. Jawohl, befreit. Und raus hier. Und die anderen beiden noch holen. Oder die anderen noch holen. So, mal schauen. Hätte ich vielleicht besser machen können. Aber mein Gott. Solange wir unentdeckt geblieben sind. Da vorne sind die anderen. Mal schauen. Ich locke einfach alle Wachen schnell mit einer Kirschköderbombe an. Und hause dann mit der Giftbombe kaputt. Das ist, glaub ich, die einfachste Variante. Dann verliere ich nicht wieder die Hälfte der Wachen. So, Kirschköderbombe. Kommt mal hierher, bitte alle. Und dann Datatura-Bombe. Ach, sag los. Kommen wir noch irgendwelche? Sind das nur die zwei? Da war jetzt kein Problem mit. Natürlich kommen jetzt noch welche. Oh. Wie stehe ich dir das? Und zwar mehr als nur einer. Schieß Wolper. Muss eine Bombe sein. Das war zweifellos. So. Dann kriegt ihr drei jetzt noch eine Bombe ab. Hat jemand was gesehen? So. Und wo ist der letzte? Da war doch noch einer. Einer war da doch noch. Auf den müssen wir vielleicht noch warten, bevor wir hier weitermachen. Kommt der? Scheinbar nicht. Das gefällt mir. Alle hopp. Und zack. Und befreien. Hat Wali euch das angetan? Mentor, vergebt mir. Ihr seid in eine Falle getappt. Er fing mich um die Assassinen vom Hauptquartier wegzulocken. Und nun ist er auf dem Weg dorthin. Ach, verdammt. Hat er uns verarscht? Ehrlich. Wir haben uns verarschen lassen. Da müssen wir uns jetzt beeilen. Und ihm eine Lektion erteilen. Dass man das mit den Assassinen nicht so einfach machen kann. So. Beeilung. Wo lang am besten? Über die Dächer. Wie immer. Na komm. Das wollte ich so nicht. Schneller. Wir haben nicht so viel Zeit, mein guter alter Freund. Hat aber ziemlich gut geklappt seinen Plan, muss ich sagen. Wir sind direkt drauf reingefallen. Wo ist denn das Hauptquartier gleich noch? Kann ich da nicht mit einem Tunnel am besten hin. Naja, egal. So, komischerweise kann ich da nicht rüber. Das heißt, wir müssen weiter in die Richtung. Ach, du sollst da rüberspringen. Danke. Komm, weiter, weiter, weiter. Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wer weiß, was der gute Mann vor ist. Ich weiß zwar nicht, was der in unserem Hauptquartier will, außer es besetzen. Aber dann wird er eben zurück. Dann holen wir uns ihn eben zurück. Aber ich meine, mein Gott, ne? Oh, was war denn jetzt? Ach. Und zack. So, mein Freund. Ich bin ja auf den Fersen. Das weißt du bloß noch nicht. Das sieht doch geil aus. Schneller, 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 schneller. Da vorne müsste er irgendwo sein. Na, komm. Nein, ich wollte nicht hochklettern. Ich wollte hier in die Gasse, meine Güte. Ich will doch nicht immer hochklettern. So, wo ist er denn? Da oben ist er. Ihr seid ein pfiffiger Soldat, Ezio. Aber ihr allein reicht nicht, um die Stadt zu retten. Ja, das werden mehr sehen. Wir haben ja noch mehr als nur ein. Oh, was wollt ihr denn jetzt? Das ist mir jetzt... Das finde ich jetzt nicht so geil. Das finde ich jetzt nicht so geil, dass wir direkt von Templern beverfolgt werden. Das ist überhaupt nicht geil. Und es gibt hier überhaupt keine Pferde, fällt mir gerade auf. Super, danke, dass ihr das erledigt habt. So, da einfach nur ist er ja. Und jetzt hole ihn dir, mein Freund. Danke. Perfekte Teamarbeit. Einst war mir unser Credo so wichtig wie die Luft zum Atmen. Aber als die Türken in die Wallachai einmarschierten und der Assassine nichts unternahmt, wie konnte ich da noch an euch glauben? Wenn eine Philosophie einem Mann verbietet, sein Volk, sein Land und seine Familie zu schützen, wofür in aller Welt ist sie dann gut? Friede sei mit euch. Damit haben wir den Verräter erwischt. Und es ist wieder Ruhe eingekehrt bei den Assassinen. Und wie wir die weiteren Masjaf-Schlüssel holen und wie wir uns weiterhin den Templern in Byzanz, äh, in Konstantinopel widmen, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.